So, ey Luca, machen wir 2-2? Ja, wo willst du hin? Ähm, egal, wie du willst. Ich geh nach unten. Okay, dann mach ich oben. Oh wait, ich bin falsche Seite. Wieso war ich denn auf der falschen Seite? Perfekt, wer auf eurer Seite geguckt ist, hat's gebracht. Ja, komm. Ja, komm. Oh, das kann nicht sein, als wenn ich mich hier so verbaut hab. Aber wir teilen uns doch die Ressourcen. Ja, scheinbar. Hätte ich das gerade falsch im Kopf. Ich wollte euch sagen, das ist... Das wäre sonst sehr komisch. Bei dem, wie meine Ressourcen funktionieren. So. Zweck. Zweck. Äh, Luca, du kannst die Ressourcenlager, die bei uns in der Base stehen, löschen. Stimmt, die bringen nix. Das gibt uns auch nochmal Ressourcen. Ja. Ich habe halt keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Wie und wo ich ansetzen soll. Wie ich 4 Basen gleichzeitig verteidigen soll. Ja, das ist doof, ne? Ja. Also, ich würde sagen, mach's so wie Luca. Wartet mal 2 Minuten. Okay. Da, was ich mir remove. Oh. Wir bauen hier ein bisschen Bunker, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, du sagst es. Wo ist das Ding groß? Ach du Scheiße. That's what she said. Lustig, ne? Richtig funny. Ja, ich hab mich kaputt gelacht ein bisschen. Echt, ich bin ja auch. Das ist voll der Zufall. Krankig weiße. Oh mein Gott. Mir wackelt's. Komm, ja. So, 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 so. So, verkaufen, verkaufen, es geht mir hier nur ums Geld. In Geld regiert Menschen. Menschen. Shit. Numpf. So. Ey. Ich weiß, ich hab's zu klein gemacht. Naja. Ja. Das läuft schon. Ja, ja, das wird. Haben wir eine Strategie, Luca? Ballern. Ballern. Gefällt mir nicht so sehr. Was haben wir gemacht? Hat nicht so gut funktioniert. Ja gut. Dann nicht. War das? Das war schwere Artillerie von Lars. Oh. Warum hat der schwere Artillerie? Was soll das? Was? Weil er uns kaputt machen will? Echt? Vielleicht. Und warum? Ich weiß es nicht. Warum brennt's denn hier? Was ist da los? Der ist ultra hart stressig gerade. Ach was, bei dir ist es ultra hart stressig? Ja, ich muss vier Basen gleichzeitig steuern und hoffen, dass ihr drauf geht. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War gar nicht schlau, was ich hier gemacht hab. So. Der Punkt ist, dass ich mir eine gewisse Strategie ausgesucht habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, wenn ich einen verliere. Ja, einfach überall Wapfen hinbauen. Ja. 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 Das war meine gewisse Strategie. Das war meine gewisse Strategie. Knampf. Verlösung Verlösung Prozent der Athletaten Fredbear Reiser Gericht. ist das einfach du dämlich was ich nie gemacht habe bei strom das ist ganz doof holy shit die habe ich ja nicht gesehen die base so brennt eine ja das ist mir nicht aufgefallen ja okay das geht natürlich dann schnell bei so vielen ja es klingt ziemlich gut bei mir brennt ja jetzt kommt dieser eine karte besser nicht weg und jetzt ich war mir das mal kurz ist eine rakete eingeschlagen immer so was aber gott sei dank nicht so schlimm so feuer erwidert oh nein das war richtig groß hätte ich nicht gedacht dass die ankommen hier brennt sogar hier drin bin dran hat meine rakete da gerade gemacht ich habe euch gut zugesetzt ohne zwei minuten warten zu müssen ja also wirklich womit hast du denn jetzt gekillt an der kanone mit meinen kanonen und mit meinen schwarmraketen jetzt müssen wir uns auch teilen warte wer welche base kontrolliert diese einstellung unterstütze ich nicht ja egal ich würde gerne oben sein achso ich baue unten danke schön damit hat sich der teamchat schon erledigt achso ja ist doch egal also das ist doch jetzt wirklich egal nein will ich gefügelt werden ich habe Angst aber wir teilen uns ja wirklich saucen ja moin so wenn ich sterbe stirbst du auch das klingt jetzt nicht so kollegial kollegial also soll es auch nicht guck doch mal nach unten Lars ok ich brauche den Platz das ist der Punkt ich habe eh keine ressourcen die ganze Zeit irgendwas zu bauen weil ihr ständig irgendwer was baut ja wenn wir nichts bauen würden würdest du was bauen ja aber ihr habt eben so richtig eben habt ihr richtig schnell technologien gebaut und jetzt auf einmal gar nicht oder wie wir sind drei sekunden im spiel also ruhig weißt du wie die strategie funktioniert möglichst schnell an starke technologien zu kommen das erste was du platziert das erste was du platziert ist eine technologie hab Angst hallo was kommt nun technologie oh das war es schon mit Metall so wir können ja wieder ihr könnt gleich Upgrades bauen sehr gut also ich bin zu tief unten als dass ich Schwarmraketen bauen könnte ja Lars muss Schwarmraketen bauen ich bin auch ungünstig dafür ähm ich kann welche bauen wenn ihr wollt also dann muss ich nur hier abreißen naja ich könnte auch dann müsste ich abreißen und öffnen ja komm dann lass mal ohne Schwarmraketen lass mal ohne Schwarmraketen ich glaub das bringt gegen Corby ich weiß nicht wie viel das bringt ganz ehrlich ja das stimmt auch wieder ich weiß nicht mehr ob wir die Bombarde Technologie nehmen sollten ich glaub wir könnten äh Ressourcen sparen wenn wir die nicht ach die muss man bauen okay nevermind ich dachte das reicht wenn du die die Waffenkammer baust wenn so wenig Energie ja es wird schon was lange währt wird endlich gut ja na komm ich werd mal kurz was entfernen weil das da immer ungünstig platziert ist immer immer nur ne Einladung um in den Reaktor zu schießen immer nur ne Einladung um in den Reaktor zu schießen deswegen werd ich das jetzt entfernen ich hab mal in der Mitte ein bisschen gebaut hab ich mir rausgenommen ja ich hoffe das ist okay ich hoffe du verzeihst mir wir brauchen Anbau ja ich hab bei dir auch was gebaut Luca okay ich bin nicht Luca aber also ich bin ein bisschen ja ach da ey wie kannst du nur ne oh so jo äh was haltet ihr davon wenn ihr euch um Waffen kümmert und ich mich um die Verteidigung okay können wir machen ich mach dann aber so ein bisschen Strommanagement Ist Plug besser als Maschinenkanonen? ja irgendwie das das macht doch gar keinen Sinn was ich hier baue oh die ist doch größer ja aber ich hab auch schon eine gesetzt die ist letztendlich effektiver weil die so Luft ne umso mehr umso besser aber die schießt halt so schön in die Luft also die explodieren in der Luft und streuen dann so das ist halt einfach am Ende des Tages schöner op optisch schöner darum geht's ja ich muss mal kurz in das Bild reinschauen äh Luca ich mach das übrigens eben einmal so ja ja ist okay das ist nämlich nicht schön und dann die erstmal ein bisschen Stromfressen den ich auch baue aber das ist einmal Grundschutz Ich hab mal ganz dreist geschossen. Ja, ich mach eben den Grundschutz für die Reaktoren. Oh, ich hoffe, ich zerleg meine Basis damit nicht. Puh, es steht noch. Steht noch. Du kannst das doch auch so ziehen. Nein, das soll ja nicht. Okay, warte, ich entferne es. Das war, das war der Tricklein da. Okay. Was hast du, wofür ist das Zeug, was du vor deinem Reaktor gebaut hast gedacht? Darf ich das zur Verteidigung demolieren? Was? Darf ich das zur Verteidigung umbauen? Bitte nichts demolieren, bitte, bitte. Nein, ich will nichts demolieren, sondern verstärken. Oder ist das für was anderes gedacht? Äh, ich weiß nicht, was du meinst, deswegen bitte nicht. Warte, das hier, du siehst ja, wo ich anklicke. Äh, nee. Da, wo du gerade was baust. Da, ja. Darf ich das verstärken? Von mir aus? Okay. Wenn ich alles richtig mache... Oi, 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 oi. Was ist da denn passiert? Das war geplant. Alles geplant. Das finde ich nicht gut. Oh. Das muss so. Das muss einfach so. Glaub mir. Ja, warte. Oh. Ja, muss so. Ei. Warte, warte, warte. Die Base ist noch nicht verloren. Die Base ist noch nicht verloren, Lars. Wir haben noch einen Anbau. Wir haben noch einen Anbau. Ich kann ja gar nicht mehr mitspielen, aber... Nur der Reaktor ist weg. Nur der Reaktor ist weg. Na, wenn sonst... So. Nein. Nein. Ich helfe dir mal. Ja, baue mal bitte Strom irgendwie. Das war jetzt nicht so eine feine Sache. Auch wenn es ineffektiv ist, okay? Jo. So. Okay, es hält, es hält, es hält. Aha, da kannst du noch so viel reinschießen. Wir halten dicht. Wie schaut's mit den Waffen, Luca? Waffen ist erfolgreich! Feuer! Cusa! So. Wir wollen ja nicht, dass es irgendwie zurück reflektiert. So. Ei, ei, ei. Oh! Hallo! Wir müssen die Basis wieder schließen. Die Basis wird geschlossen. Kannst du dich umschließen? Ich muss gucken, dass wir den letzten Reaktor nicht verlieren. Ja. Es tut mir leid, Luca, aber das wird jetzt, äh... Nicht schön. Aus sicherheitstechnischen Gründen für dich unschön. Das ist schon okay. Weil deine Flak bringt nichts gegen eine Kanone. Oh sacrifices! Echt! Echt! Da müssen wir jetzt einfach... Echt? Echt?! Echt?! ein sniper nicht cool das geht wir sind tot das war's holy shit was hat er sich denn da aufgebaut